Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, neben den schönsten Reisen auf unserem Sender, haben wir auch immer wieder aktuelle und spannende Themen für Sie. Und eins ist, glaube ich, im Moment nicht aktueller als das Thema Photovoltaikanlage. Und ich stelle mir das so schön vor, mit Sonnenenergie den nächsten Urlaub auf Sonnenklar-TV finanzieren. Und da haben wir einen tollen Partner Energiekonzepte Deutschland gefunden. Und wenn Sie auf ekd-solar.de die Anfrage stellen, dann kommen so nette Leute wie Mirko Möllers bei Ihnen vorbei und berät Sie. Und wir haben was ganz Spannendes vor mit Energiekonzepte Deutschland, nämlich in zehn Folgen alles rund um Photovoltaikanlage zeigen. Also wir haben zwei verschiedene Dächer und dort gibt es zwei verschiedene Anlagen. Und wir zeigen alles von der Beratung bis zur Abnahme mit Energiekonzepte Deutschland. Und dann kommt Mirko Möllers vorbei. Und wie geht es dann weiter? Ist relativ einfach. Also die Kunden stellen eine Anfrage, werden von uns dann kontaktiert. Und ab da beginnt quasi dann, ja ich sag mal, die große Action. Das heißt, wir machen erstmal einen Drohnenflug übers Dach. Das heißt, es werden wirklich aus allen möglichen Perspektiven Bilder gemacht. Wenn das abgeschlossen ist, geht es natürlich dann erstmal direkt auf die Wünsche des Kunden. Das fängt halt damit schon an, dass wir halt nicht irgendwas von der Stange nehmen, sondern andersherum. Wir schauen uns genau die Gegebenheiten an und überlegen dann passend zu den Anforderungen Stromverbrauch, aber halt auch Veränderungen, die in den nächsten Jahren kommen, Elektroautoanschaffung, Umstellung auf Wärmepumpe etc., dass wir sozusagen schon von Tag 1 angesehen, diese passende Anlage so planen, um halt diese Bedürfnisse auch erfüllen zu können. Jetzt ist das Thema natürlich Photovoltaikanlagen en vogue. Ganz viele Firmen wachsen wie Pilze aus dem Boden. Und da fragt man sich natürlich, was steckt hinter Energiekonzepte Deutschland oder wer steckt hinter Energiekonzepte Deutschland? Ja, die Firma Energiekonzepte Deutschland wurde 2018 gegründet. Hauptsitz der Firma ist in Taucher, das ist bei Leipzig. Derzeit würde ich mal sagen, sind wir die Firma mit dem größten PV-Vertrieb deutschlandweit, mit gut und gerne 2300 Fachberatern, sind aber deutschlandweit vertreten. Das heißt wirklich, egal wo, wir sind halt an Ort und Stelle und beraten die Kunden dementsprechend. Und dadurch, dass wir halt eigene Produkte haben, das heißt, wir haben uns eigene Module entwickeln lassen, haben jetzt auch ganz neu einen eigenen Speichermarkt, diverse, ich sag mal, Lagerfläche zur Verfügung haben, haben wir einen sehr, sehr großen Lagerbestand und sind definitiv lieferfähig. Also haben da gegenüber vielen Mitwirbern einen riesen Vorteil. Jetzt geht die Sonne ein bisschen weg, die ein, zwei Wolken kommen, aber das ist egal sozusagen bei einer Photovoltaikanlage. Also trotzdem wird gespart. Ja, also bei uns auf jeden Fall, weil unsere, wir haben, wie gesagt, eigene Module. Unsere Module brauchen kein Sonnenlicht, sondern die brauchen halt nur sogenanntes diffuses Licht. Das heißt, selbst bei normalem Tageslicht produzieren unsere Module Strom. Das heißt, der Kunde muss da halt keine Bedenken haben, wenn mal eine Wolke kommt, dass halt direkt alles salopp gesprochen tot ist, sondern auch da sind wir bestens aufgestellt, in dem Fall der Kunde. Und ja, er produziert halt am Tag lockerflockig Strom. Lockerflockig Strom produzieren, liebe Zuschauer, das können Sie auch. Wie genau, das zeigen wir hier bei Sonnenklar TV. In der nächsten Folge unserer Serie geht es um die Planung Ihrer neuen PV-Anlage. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und einschalten. Ja, also ich habe da jetzt auch sehr interessiert zugeschaut. Das ist ja wirklich ein Thema, das uns alle umtreibt zur Zeit, wenn wir Häuslebesitzer sind. Ganz großes, wichtiges Thema. Und wenn Sie sich damit noch ein bisschen auseinandersetzen wollen, wenn Sie weitere Informationen benötigen, gehen Sie einfach auf die Webseite ekd-solar.de. Da kriegen Sie dann alle Infos, die Sie benötigen. Und jetzt kriegen Sie natürlich weiterhin die schönsten Reiseangebote der Welt.